Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Roast Travels und heute geht es darum, wie unterscheiden sich eigentlich die Röster von Gene und die Röster von Hot Top, damit ihr auch eine Entscheidungsgrundlage habt, welches für euch wohl der bessere Röster ist. Doch bevor wir auf die Unterschiede eingehen, schauen wir mal, was die beiden Geräte gemeinsam haben. Es sind beides Röster für ungefähr 250 Gramm Kaffee, also beim Hot Top kann man so 100 bis 300 Gramm rösten, beim Gene 50 bis 250 Gramm sind das im ähnlichen Bereich. Bei beiden dauern auch die Röstungen etwa gleich lang, also so 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie hell oder dunkel das man röstet. Und es sind beides Modelle, die sehr leicht und kompakt sind, also man kann die Geräte eigentlich schnell mal einfach in die Küche stellen, dann aber auch wieder versorgen irgendwo, wenn man sie nicht braucht. Also das haben sie schon mal gemeinsam. Es sind auch beides sehr bewährte Geräte. Es sind beides Röster, mit denen man sehr guten Kaffee rösten kann. Es sind beides Geräte, bei denen es genug Nutzer schon gibt. Also die sind beide schon mehr als 10 Jahre auf dem Markt. Der Gene Röster eigentlich mehr oder weniger unverändert. Es gab mal Änderungen bei diesem sogenannten Chaff-Collector. Beim Hot Top Röster gab es dann doch schon einige Updates, die vor allem auch die Steuerung betroffen haben. Aber nichtsdestotrotz, beide sind schon über 10 Jahre auf dem Markt. Es gibt schon viele Nutzer, es gibt viele Tipps und Informationen dazu in Foren, Online-Seiten, auf YouTube, in Facebook-Gruppen und so weiter. Jetzt aber zu dem, was dich wahrscheinlich mehr interessiert. Wie unterscheiden sich die beiden Geräte? Das eine ist mal die Art und Weise, wie sie röstet, ist bei beiden unterschiedlich. Hot Top ist eigentlich eine kleine Form von einem Trommelröster. Er ist gleich aufgebaut. Er hat drin eine Trommel, die sich kontinuierlich dreht. Er hat drin auch dann ein Heizelement, welches die Hitze übertragt. Und separat davon ein Lüfter. Das heisst, man kann eigentlich den Luftfluss separat einstellen, die Hitzezufuhr separat einstellen. Und somit die Röstung dann sehr präzise kontrollieren. Beim Hot Top Röster ist es so, dass die Hitze übertragen wird durch einen heissen Luftstrom. Der heisse Luftstrom fliesst durch diese Röstkammer. Die Röstkammer bewegt sich natürlich auch kontinuierlich, damit die Bohnen immer in Bewegung bleiben und von allen Seiten gleichmässig geröstet werden. Das haben die beiden Geräte auch gemeinsam. Aber wie gesagt, da ist es ein heisser Luftstrom, der durchfliesst. Und beim Hot Top Röster hat man eigentlich eine getrennte Heizung und den Luftstrom, den man regulieren kann. Es gibt hier ein bisschen mehr Kontrolle. Beim Gin Röster ist es so, dass dieser Luftstrom fix ist. Den kann man nicht verändern. Man kann also nur die Hitze beeinflussen, die dieser Luftstrom hat. Dann das Zweite, etwas Wichtiges zu wissen, ist die Art und Weise, wie der Röster die Temperatur misst. Beim Hot Top Röster hat man eine kleine Temperatursonde auf der Höhe der Bohnen, auf der Höhe, in der sich die Bohnen bewegen. Das heisst, man misst die sogenannte Bean Temperature, also Bohnentemperatur. Das ist auch eine Messgröße, die man dann mit anderen Röstern vergleichen kann, die man auch mit kommerziellen Röstern vergleichen kann, die auf Trommelröstern arbeiten. Es hat auch bei diesem Modell sogar noch eine zweite Messsonde, ein bisschen weiter oben, die Exhaust Temperature und so hat man eigentlich dann die gleiche Messung wie bei einem kommerziellen Röster. Deshalb eignet sich dieses Gerät zum Profile entwickeln, die man dann auf den grossen Röster übernimmt oder auch damit das Handwerk zerleeren, wenn man sagt, ich möchte später einmal irgendwie kommerziell rösten. Beim Gin ist es komplett anders und zwar sehr spezifisch. Und hier gibt es auch eigentlich kaum vergleichbare Modelle oder Geräte. Und zwar ist es so, dass hier die Temperatur dort gemessen wird, wo die Luft aus der Röstkammer austritt. Also es geht eigentlich ein bisschen mehr in die Richtung dieser Exhaust Temperature beim grossen Röster. Und die ist natürlich nicht ganz so präzise, denn es sagt eigentlich nicht direkt aus, wie heiss die Bohnen in der Röstkammer sind. Das heisst, die Temperatur der Luft, die rauskommt aus der Trommel, ist immer eine Mischung zwischen der Temperatur der Luft, die reingekommen ist, und der Temperatur der Bohnen in der Trommel. Es bedeutet beim Gin-Röster, dass man es einfach wissen muss, wenn man über Röstprofile spricht, wenn man Röstprofile vergleicht, dann kann man nicht mit Leuten diskutieren, die auf einem Trommelröster arbeiten, sondern man muss es dann wirklich mit Leuten vergleichen, die auch mit dem Gin-Röster rösten. Ansonsten gibt es komplette Verwirrungen. Also beispielsweise setzt man hier die Temperatur auf 240 oder 250 Grad, das ist dann die Zieltemperatur, die die Luft haben muss, die aus der Rösttrommel kommen. Wenn man jetzt auf einem Trommelröster 250 Grad rösten würde, dann hätte man schon Kohle im Röster drin. Ein weiterer Unterschied ist die Präzision der Röster. Beim Hot-Dop-Röster ist es so, dass es ein ziemlich geschlossenes System ist. Wenn man bereit ist, dann füllt man die Bohnen rein, schliesst hier wieder. Wenn die Röstung abgeschlossen ist, kommen die Bohnen raus in den Kühler. Beim Hot-Dop-Röster ist es so, dass man die Bohnen so einfüllt, indem man nach der Vorheizphase die Röstung unterbricht, den Kolben rausnimmt, die Bohnen reinfüllt, den Kolben wieder reingibt. Und da ist es natürlich klar, je nachdem, wie kalt die Temperatur des Raumes ist, je nachdem, wie lange diese Prozedur dauert, desto unterschiedlicher ist dann eigentlich der Röstverlauf. Das heisst, man hat dann nicht so einen präzisen, genau gleich vergleichbaren Röstprozess wie beim Hot-Dop-Röster beispielsweise. Nichtsdestotrotz, wenn man das ein bisschen im Griff hat und eigentlich weiss, wie man das rausnimmt, wie man das befüllt, und es wieder rein tut und da eigentlich immer mehr oder weniger gleich lange dafür braucht, dann funktioniert das schon sehr gut beim Jeans-Röster, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Heimröster ist und jetzt nicht ganz präzise Röstprofile entwickeln muss, die dann irgendwie auf eine grosse 12 oder 20 Kilo Charge übernommen werden. Ein weiterer Unterschied ist auch die Art und Weise, wie die heisse Luft abgeführt wird. Also beim Hot-Dop ist es so, dass die heisse Luft einerseits hier rauskommt, andererseits hinten raus. Das heisst, der Luftstrom lässt sich nicht ganz so klar kanalisieren. Wenn man jetzt hier zum Beispiel zu Hause röstet und es einen ein bisschen stört, dass es Rauch gibt und Geruch gibt beim Rösten, dann empfiehlt es sich, dass man zum Beispiel beim Hot-Dop-Röster dann unter der Dunstabzughaube röstet, die das dann schön abzieht. Beim Jeans ist es so, dass alles hier bei diesem Stutzen rauskommt. Das heisst, man kann hier einfach einen Schlauch anschliessen, diesen dann rausführen und so hat man dann eigentlich direkt die heisse Luft oder dann auch den Rauch hinausgeführt und hat dann weniger Geruch in der Wohnung. Und natürlich ein grosser Unterschied, gerade auch, wenn man das jetzt mit diesem Plus-Modell, mit Artisan vergleicht, ist, dass beim Jeans hast du keine Programmierfunktion, keine Automatikfunktion, du machst einfach deine Röstung, wenn sie fertig ist, ist es fertig. Beim Hot-Dop dagegen hast du Möglichkeiten für programmierte Röstungen, du kannst es direkt aus dem Röster machen oder auch, was ich noch viel mehr empfehle, wenn du dieses Modell mit Artisan hast, direkt aus Artisan hinaus. Du hast natürlich dann auch die Röstung direkt aufgezeichnet in Artisan, du hast während der Röstung direkt live die Rate of Rise oder auch den Rost-Development-Time-Prozentsatz berechnet, was dir natürlich sehr viel Kontrolle gibt. Und etwas Letztes ist die Kühlung der Röstung. Es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber die Art und Weise, vor allem die Zeit, in der eine Röstung gekühlt wird, ist extrem wichtig. Das heisst, die Bohnen müssen in fünf oder bestenfalls sogar in vier Minuten runtergekühlt werden auf Raumtemperatur. Und dafür hat der Hot-Dop-Röst eine sehr gute, sehr brauchbare Bohnenkühlung rein drin, die dann wirklich die Bohnen in vier Minuten runterkühlt. Beim Qi nicht, da ist die eingebaute Kühlung eigentlich nutzlos. Da baust du dir etwas Externes, zum Beispiel mit einem Ventilator und Spaghetti-Sieb. Es gibt Boxen mit Staubsaugerlösungen, da findest du viele Informationen im Netz. Einfach, das ist so wichtig zu wissen, und du musst hier noch eine externe Lösung finden, um die Bohnen zu kühlen. Ich hoffe, dieses Video hat dir etwas geholfen. Wenn du mehr über die Geräte wissen willst, dann schau dir auch die anderen Videos an in unserem Kanal oder folg dem Kanal. Wir posten regelmässig Videos und so verpasst du natürlich nichts. Und wenn du mehr noch wissen willst oder Fragen an mich hast, dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Meinen Kontakt findest du auf der Webseite unter roastrevels.com. Bis zum nächsten Mal.